ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play von let's play force und wir zocken auf der jagd battlefield 3 die mission der kampagne und ja wir versuchen dann mal was hier zu reißen anscheinend schon glaubt er mag sonst nicht sie habe ich mal ein paar mal flachgelegt aber ansonsten ein luftangriff über al bashir wer bist du denn du kleine schwuchtel ja dann renn mal tja dann haben wir auch noch mal pech gehabt schön für dich ja wenn die das meinen jup das war so ziemlich ist schon iranische flieger in der luft stehen sie strammsoldat 8 zu knif skala was soll das denn sein tiefer Lolo, 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 wie langweilig diese Mission doch ist, aber geiler Jet, das muss man denen lassen. Ja das wollen wir ja auch hoffen, hier das seh einen beschissenen Tag kriegt, muss hier bei regen hier rauslatschen meine titties werden ganz kalt ziehen wir ja erstmal unser schwuler gelber hellmann und da haben wir auch schon unsere titen gesehen voll durchnässt und schon sitzt die bitch ja haube zu ok das ist wirklich die langweiligste mission die es in ganz battlefield 3 kampagne gibt so klappen vorflüge links ist ok und jetzt rechts ist ok hmd visier ok anmachen hier funktioniert checken wir die raketen die bewegt sich nicht aber flerst checken und bereit machen ja dann los so dann mal los und boom der erste ist weg der hinten da macht breakdance übrigens leute hier fehlt eine schraube das sieht man da mitten im bildschirm guter erschoss ja das erste mal wo ich hier geflogen bin das erste mal wo ich mir gerade battlefield 3 neu gekauft hatte mir wurde so kurz übel bei dieser mission weil da dauernd hin und her ruckelt oder wackelt und da da sehen wir jetzt die schraube die fehlt das dürfte eigentlich bei der us navy hier nicht passieren ja der pendelt sich an unser steuerbord hier ran zwei vögel ok dann holen wir uns die mal aber geil gemacht war ich meine die die haube hier hätten die mal ein bisschen sauber machen können aber ansonsten übrigens gibt es hier bei dieser mission eine trophäe zu holen und die kriegt man wenn man perfekt abgeschlossen hat dass man von keinen raketen getroffen wird und dass man jeden gegner mit einem schuss down kriegt das passiert also der gegner setzt die flares ein ihr müsst schießen wenn er keine flares einsetzt und ja dann kriegt er die trophäe hat die sind ja auch nicht zu fuß unterwegs bastarde also bis aus wenn ich kinder kann und da sind die jets ja auch schon und wir holen uns den rechten so das sind die flares so das sind die flares what the fuck was für ne bitch alter so und flares raus komm baby komm und flares raus so so er dachte wohl er kriegt mich sofort hier und das war ein fehlalter das war ein fehler das hätte sie nicht machen dürfen und wartet einmal flares zweimal flares und dreimal flares und zack down und der zweite gegner den muss man sofort hier abschießen boom der dritte gegner glaube ich auch müssen wir halt gucken also ich habe zwar jetzt die trophäe schon aber ich zeige euch halt nur wie es geht der erste gegner muss man dreimal hier die flares warten bis der die abwehrt also der der dritte gegner ist der nähere muss ich dann abknallen boom und tot und tot wow er den nicht sofort abknallen er zieht erst weg hier what the fuck er will uns töteln holen wir die flares raus zack ich sehe ihn aber so und jetzt einmal flares komm ich weiß du holst die nochmal raus zweimal flares komm jetzt noch ein drittes mal ach ich wusste das doch dass der nochmal hier raus wirft die flares alter ja ich wusste das ey also ihr dürft euch nicht hier von denen ablenken lassen also dass ihr denkt okay der holt die nicht mehr raus die holen alle immer dreimal die flares raus immer ja und der hat ja dann hol die flares raus alter und da zwei raketen flares zu spät raus geholt und down ja brechen weg brechen weg und wir werden jetzt anvisiert das ist ja klar hier wow das war jetzt fast schief gegangen ich hatte den finger am falschen knopf natürlich will er uns erfassen aber er kann mich mal am arsch lecken denn mich kriegt er nicht aber auch gar nicht her so zu rum rum zu schießen zu und jetzt sind die dran alter dann hol den visier hier wieder raus einmal komm jetzt komm jetzt zweimal boom down ok linke seite den holen wir uns jetzt auch noch direkt nein äh sorry flares eins komm komm hol die flares raus zweimal boom down na klar nicht schlecht alter ja wie wir gesehen haben ist es doch nicht immer dreimal muss man muss nur hier schnell reagieren und ja da fehlt die schraube und jetzt kommt ein anderes teil der mission hier auf jeden fall wirkt es ein bisschen leichter und jetzt kommt ein bisschen anders ... in das fast verfolgt 3 3 2 3 3 2 0 0 Okay. Oh. Der ist hot. Okay, jetzt dürfen wir Laser markieren. Damit die anderen das Ganze hier platt machen. Na gut. Ja, dann müsste ich aber erst zoomen und komm komm und down. Komm, letzter Schuss. Letzter Schuss. Und down. Ja, war das nice oder war das nice? So, infrarot. Da haben wir einen. Nein, komm. So, jetzt. Nächste. Der letzte. Der letzte. Und down. Und down. Ja, eigentlich ist es ganz leicht. Also, nix von Gott, wie schwer das ist und so. Da sind sie ja. Ja, wir sind bereit, Alter. Ja, wir sehen's. Da ist es. Verstanden. Verstanden. Ihr habt 4-6 auf Station. 4-6 hier in Rieper 1. Sie müssen aufsteigen, damit wir wissen, was unser Ziel ist. Halten euch angriffbereit. Verstanden? Puls auf 3-3. Ihr macht hier ein Verletz auf der Dauerbeschuss. Verstanden? Haben verstanden. Wir kommen jetzt zu euch. Definitiv BLA. Ihr habt Angriffsfreigabe. Wiederhole. Angriffsfreigabe. Und down. Komm, holen sie ja. Boom. Down. Wir treffen mal in der Mette hier. In die Menge rein. Komm, so viele töten wie möglich. Verdammt guter Schuss. Ich weiß. Das war ein vergammt guter Schuss. Ja, ich glaub, das war's mit unseren Let's Play, Leute. Ne, noch nicht. Noch nicht. Noch müssen wir landen. Sorry. Sorry. Noch müssen wir landen. Und wir gehen nach Hause. Geil, wie die das gemacht haben, wa? Und wir haben's geschafft, Alter. Jetzt haben sie runtergebracht. Und das war's auch mit unserem Let's Play. Bis zum nächsten Mal.